Ja moin und herzlich willkommen zurück, es ist wieder mal soweit, wir sprechen über die Ernährungs-Docs, das Format, das euch sehr gut gefällt, weil ihr selber wahrscheinlich auch gemerkt habt, was die da manchmal so erzählen, das klingt alles wunderschön, aber es entspricht nicht wirklich der Realität, wenn man selber diese Erkrankung hat und diese Dinge dann isst, dann merkt man ganz schnell so, nee du, das hätte ich mal lieber nicht empfohlen bekommen. Jedenfalls ist es mir ganz wichtig zu erzählen, ich will die nicht in die Pfanne hauen, die helfen ganz vielen Leuten auch, manche finden das super, was sie da machen und deswegen, ich kritisiere die, ich kritisiere nur, was gesagt wird und nicht die Person selbst, das ist glaube ich ganz wichtig zu sagen. Und bevor wir starten, wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Danny, ich bin Chronokulitis-Coach, bitte gib dem Video doch einen Daumen nach oben, beziehungsweise lass ein Abo da, denn ich möchte dir helfen, einen Schub Medikamenten und symptomfreies Leben zu leben mit einer chronisch entzündigten Darmerkrankung und ein Daumen nach oben hilft mir, diese Videos nach draußen zu bekommen. Vielen Dank dafür und let's go! Als erste kommt eine junge Frau an Bord. Man sieht ihr nicht an, wie krank sie ist. Man muss eigentlich immer damit rechnen, dass was passieren kann und man muss halt versuchen damit umzugehen. Das begleitet einen halt psychisch. Ich heiße Lena, bin 25 Jahre alt und habe Colitis ulcerosa. Eine chronische Darmentzündung, die schubweise verläuft. Mit Bauchkrämpfen, Gewichtsverlust, Fieber, blutigen Durchfällen. Genau, das kennen wir ja jetzt schon. Das Öftere wird ja bei fast jedem Video auch erklärt, weil es noch nicht so bekannt ist natürlich. Deswegen super, dass ihr immer da so ein bisschen Aufklärungsarbeit am Anfang auch leisten. Und... Gibt's noch was zu sagen? Nö. Es ist halt nicht damit getan, dass man dann vielleicht zwei, drei Mal am Tag auf Toilette geht, sondern dann geht man wirklich so 20, 30 Mal. Und das ist eigentlich so der Alltag, der dann belastend wird. Ernährungsdok Jörn Klaasen ist Spezialist für Darmerkrankungen. Die Untersuchungsergebnisse von Lena machen ihm Sorgen. Besonders der schwere Schub, den sie hatte. Wo sind hauptsächlich die Schmerzen gewesen? Also hauptsächlich am Anfang hier in der linken Bauchhälfte hin zum Unterbauch. Und der ganze Dickdarm war entzündet und dann habe ich die Schmerzen halt schon hier oben gespürt. Die genaue Ursache für Colitis ulcerosa ist nicht geklärt. Forscher gehen davon aus, dass Umwelt- und Erbfaktoren eine Rolle spielen. Störungen im Immunsystem führen dazu, dass körpereigene Abwehrzellen gesundes Gewebe angreifen und so im Dickdarm schmerzhafte Entzündungen auslösen. In schweren... Ja, da sprechen wir wieder über die Ursachen. Das kommt auch fast in jeder Folge mit vor. Aber trotzdem kann man immer wieder nur sagen, es gibt nicht diesen einen Ursprung. Es gibt viele verschiedene. Und das macht es so schwierig. Aber der Umgang damit ist manchmal ein bisschen strange, weil wir wissen nicht, wo es herkommt. Und dann nimm einfach Medikamente, ist da meiner Meinung nach, persönlicher Meinung nach, nicht der richtige Weg. Weil ich glaube, man kann die schon so ein bisschen vereinen in das eine große Wort Stress, was so viel bedeuten kann. Und es hilft uns aber auch nicht großartig weiter, weil es auch nicht wirklich greifbar ist, was wir jetzt machen können. Deshalb spalte ich das so ein bisschen auf in die Ernährung, in die Physiologie, in die Psychologie. Und bin der Meinung, dass da sehr viele Sachen sehr wichtig sind. Am Ende, was eine ganz wichtige Sache ist, die man da sagen kann, ist ja, dass die Aufgabe von einem Immunsystem... Und da bewege ich mich natürlich jetzt ein Stück weit raus aus... Nicht mal wirklich wissenschaftlich ist das sogar auch... Gibt es auch Studien drüber, die über die Immuno... Ich kriege das Wort gerade nicht raus, aber die Psychoimmunowissenschaft, die Verbindung von Psychologie zur Immunität, die spricht darüber. Und die sagt halt auch, die Funktion des Immunsystems ist, Dinge anzugreifen, die nicht zu dir gehören, die nicht zum Körper gehören. Kann es also sein, dass wir so, dass wir vielleicht Emotionen haben, vielleicht Emotionen, die genau da sitzen, wo es dann auch entzündet ist, die wir einfach nicht wahrhaben wollen. Also Dinge, die wir einfach nicht zu uns zählen, die einfach nicht Teil von uns sein sollen, die wir nicht wahrhaben, verstecken wollen, verdrängen wollen, weil sie uns sonst überwältigen, weil wir keinen guten Umgang mit unseren Emotionen haben. Bis der Körper dann denkt so, na Mensch, wenn die mir sagt oder wenn der mir sagt, dass das nicht zu uns gehört, dann greifen wir das mal an. Das ist eine interessante These, die es da gibt, die für mich persönlich sehr viel Sinn macht, muss ich sagen. ...fällen sogar eitrige Geschwüre. Ich möchte mit Ihnen zusammen Bilder einer Darmspiegelung angucken. Und da können Sie dann im Dickdarm sehen, wie Entzündungen ähnlich wie bei Ihnen aussehen. Sie sehen jetzt hier so weiße Belege. Sieht schmerzhaft aus. Genau an der Stelle zeigen Sie die Entzündung an. Und Sie sehen bis hier unten zum Darmausgang, hier ist jetzt der Darmausgang, alles doch sehr stark entzündet. Und das macht dann Schmerzen. Aber dabei bleibt es nicht. Die starken Entzündungen verändern die Schleimhaut im Dickdarm. Tumore können entstehen. Krebs. Ja, ist halt dann die ganze Funktionsweise, wird da gestört, da ist natürlich dann Tür und Tor offen für so alle möglichen Sachen. Wir sprechen ja auch dann von Leaky Gut, also von der durchlässigen Darmbarriere, wo dann auch bestimmte Mikroorganismen, bestimmte Stoffe, Nahrungsmittel, Reste, was weiß ich, nicht richtig verdautes ins Blut gelangen kann. Wo man dann eigentlich in allen möglichen anderen Körperregionen natürlich auch dann Probleme machen kann, da wo dann einfach schon eine gewisse Schwäche vielleicht auch da ist. Je länger diese Entzündung besteht, umso größer ist das Risiko. Nun muss natürlich das Ziel sein, dass diese starke Entzündung, die wir hier der Dickdarmschleimhaut haben, abgemildert wird, möglichst ganz verschwindet. Das wäre schön. Die Radikallösung würde sein, den gesamten Dickdarm zu entfernen, damit der sich nicht mehr entzünden kann. Wurde mir schon zwei, dreimal empfohlen. Die Radikallösung, also einfach schnüppel mal raus, das Ding brauchst du nicht. Wer braucht schon einen Dickdarm? Wer braucht schon eine Gallenblase? Ach, du kannst mit einer Niere leben. Das sind so Lösungen. Das ist ja dann die Spitze des Verdrängens, die es da noch gibt. Du hast dir einen Finger geschnitten, der schneit mal den Finger ab. Dann hast du auch keine Schmerzen mehr. Natürlich ist es nicht ganz so, wie ich es jetzt gerade beschrieben habe, aber du wirst verstehen, dass das einfach von der Lösung her einfach nicht geil ist. Bei manchen muss es passieren, weil das Leben auf dem Spiel steht. Ohne Frage. Aber es sollte schon nicht irgendwie die Aussicht sein, dass man sagen, oh, ich probiere mal ein paar Medikamente und danach schneit man das Ding raus. Das fehlt ein bisschen, was man auch machen könnte, bin ich der Meinung, oder? Wurde Ihnen schon hervor. Und wenn man jetzt den ganzen Darm rausnimmt, das ist einfach zu radikal, finde ich. Ich würde Ihnen da auch recht geben, denn die Heilung würde daran bestehen, dass dieses Organ wirklich wieder heil wird. Wow, ich stimme mit Dr. Klaasen doch mal überein, wirklich. Weil heilen, heal, das Wort heal, von wieder ganz machen, whole machen, die Heilung sollte daran bestehen, dass was wieder ganz wird und nicht, dass man was ganz rausnimmt. Vor zwei Jahren hat Lena die niederschmetternde Diagnose bekommen. Ich habe ja meine Planung einfach weitergemacht. Ich habe mich in der Uni überladen, habe meinen Nebenjob gehabt, habe eigentlich ganz normal gelebt und auch ganz normal weitergelebt. Da muss man auf die Worte achten. Wir gucken es uns nochmal, wir hören nochmal genau drauf, was sie gesagt hat. Und dann gucken wir mal, ob du genau das gerade rausgehört hast, was ich da gerade rausgehört habe. Mach mal nochmal. Ich habe ja meine Planung einfach weitergemacht. Ich habe mich in der Uni überladen, habe meinen Nebenjob gehabt, habe eigentlich ganz normal gelebt und auch ganz normal weitergelebt. Sie hat sich überladen und noch einen Nebenjob gemacht, also hat sie ganz normal gelebt. Fällt dir da was auf? Sie sieht das für ganz normal, dass man sich überlebt und dass man einen Nebenjob noch extra hat, neben der Uni. Das ist unsere Gesellschaft. Warum? Wer sagt, dass das normal ist und dass das gut und gesund ist? Wenn man sich übernimmt, die Grenzen übersteigt, das ist nicht normal, sondern das kommt aus verschiedenen Gedanken und Emotionen, die, ich sage mal, eher auf eine negativere Behaftung vielleicht haben. Vielleicht geht es da um Schamgefühl. Wenn ich nicht arbeite, dann fühle ich mich schlecht, dann fühle ich mich, als wenn ich faul wäre oder was weiß ich. Es gibt verschiedene Sachen, aber an der Wurzel psychologisch wird da nicht gearbeitet, sage ich mal. Also da wird nicht dran gedacht, es wird einfach gemacht und es muss so sein und ich muss das schaffen und ich kenne es halt selber so gut und ich sehe es so oft mit meinen Klienten auch, wie da einfach Grenzen überschritten werden. Das wird als völlig normal gesehen, wobei es dann, wenn man später mal raus, wirklich durcharbeitet hat und nochmal zurückguckt, denkt, wie konnte ich das eigentlich so lange machen? Ich habe mich komplett übernommen und es ist eigentlich gar keine Frage gewesen, dass ich irgendwann mal richtig krank werden muss. Bis der Körper Nein sagt. So lange geht das. Bis der Körper für dich Nein sagt, weil du es nicht kannst. Und ja, irgendwann musste ich dann halt mir selber eingestehen, dass es halt einfach nicht so weitergeht und dann hat mir auch ein Arzt gesagt, ja, du kannst vor der Krankheit nicht weglaufen, du musst dich da jetzt irgendwen auch mal stellen. Lena hat ihr Studium auf Eis gelegt, wohnt wieder zu Hause bei den Eltern. Bruno, ihr Freund, ist so oft da, wie er kann. Ihre Darmentzündung verläuft in Schüben. Zurzeit ist sie in Remission. Die Krankheit macht Pause. Also sie ist von dem überladenen Studium dann wieder nach Hause gekommen, in eine sehr sichere Umgebung, wo ihr Freund sie oft besucht, die Familie ist da und jetzt ist, so wie es klingt, die Erkrankung auch in Remission. Also es ist wieder ein bisschen besser geworden. Was mich dann auch freut zu hören, dass dann natürlich auch, wenn es auch ein radikaler Schritt ist, das Studium zu unterbrechen, dass das ja scheinbar erst mal geholfen hat. Eine Phase, die sehr plötzlich vorbei sein kann. Dann kann es halt einfach sein, dass es wirklich von jetzt auf gleich losgeht, wieder mit Bauchschmerzen und plötzlich ist wieder Blut dabei. Und das ist halt das, was so unberechenbar macht und was mir halt auch Angst macht. Die Unberechenbarkeit. Wir sprechen wieder über die vier großen Stressoren. Die Ungewissheit, der Kontrollverlust, der Freiheitsverlust und die Sinnlosigkeit. Diese Sachen sind einfach, es ist einfach ein unheimlicher Stress, nicht zu wissen, was los ist. Und was mir noch gerade so einfällt, ist, wenn du nicht weißt, wer du wirklich bist, was wirklich deine Werte sind im Leben, was du wirklich für wichtig hältst und was du wirklich machen möchtest in deinem Leben, nicht das, was deine Eltern sagen, was deine Freunde sagen, was die Gesellschaft sagt, dann ist es, wenn du das nicht weißt, ist es sehr schwer zu wissen, wann du Nein sagen musst. Dann kannst du nicht einfach, wie willst du das wissen? Du kannst es nur wissen, wenn du merkst, so nee, halt, stopp, jetzt wird ein Wert, etwas, das mir wichtig ist im Leben, das für mich und meine Gesundheit wichtig ist, überschritten. Jetzt sage ich Nein, auch wenn es weh tut. Das kannst du nur, wenn du selbst gestärkt bist, wenn du weißt, wer du bist. Auch Lenas Eltern fühlen sich hilflos. Keiner kann ihnen sagen, wie es mit ihrer Tochter weitergeht. Wie kriegt sie das in den Griff? Wie kann man ein normales Leben damit führen? Was macht das, diese Nebenwirkungen auch von den Medikamenten? Finde ich auf jeden Fall gut, dass das zumindest angesprochen wird, weil man kann das nicht wegreden. Diese Medikamente haben schwere Nebenwirkungen. Und auch wenn sie wirklich wichtig sind und essentiell für manche Menschen, um ein Leben zu retten und Zeit zu gewinnen, ist auf lange Sicht nicht optimal, das immer nehmen zu müssen. Ja, also es ist wie ein großer Berg. Es ist erst mal wie ein Schlag. Lena braucht extrem starke Medikamente. Es ist ein großer Berg. Es ist wieder diese Überwältigung, diese Ungewissheit. In ihrer Sprache finden wir dann auch ähnliche Emotionen da auch wieder absolut verständlich. Mäntel zur Unterdrückung des Immunsystems und hochdosiertes Kortison. All das hat erhebliche Nebenwirkungen. Ihre Abwehrkräfte sind am Ende. Die Hände zittern. Ich habe es nicht hinbekommen, diesen Schal zu strecken. So ins Gesicht gehauen, wirklich so, das ist deine Krankheit, da leidest du jetzt drunter. Und das ist nicht nur der Schub, sondern halt auch einfach der Alltag. Dann kann ich nicht mal eben so einen Schal strecken, sodass meine Mutter das dann halt machen musste. Da haben wir wieder das, was ich selber erlebt habe, was ich öfter sehe. Und ich weiß nicht, vielleicht ist es auch das Setting, wenn da eine Kamera ist und sowas. Ich kann das ja verstehen, da ist man auch aufgeregt. Aber sie erzählt gerade eigentlich was, was nicht witzig ist und was eigentlich richtig scheiße ist. Aber der Gesichtsausdruck lässt was ganz anderes vermuten. Und das ist manchmal eine Sache, ich kenne sie nicht und ich will um Gottes Willen hier nicht verurteilen. Absolut nicht. Und ich möchte nur meine Meinung dazu sagen, weil ich selber damit Erfahrung denke, ich habe, dass man da sich selbst auch manchmal seine Emotionen zurücknimmt. Vielleicht sind diese Emotionen zu viel für diese Situation. Vielleicht sind meine, vielleicht bin ich als Person zu viel. Ich bin eine Last für meine Eltern oder ich will keine Last für meine Eltern sein. Was auch immer da ist. Ich sehe hier einfach einen Konflikt zwischen ihrem Gesichtsausdruck, zwischen dem Handeln und zwischen dem, was da erzählt wird. Und den Emotionen, die da eigentlich verbunden sein sollten damit, wenn das Sinn macht. Und mir da geholfen hat. In der Hoffnung, dass es irgendetwas bringt, nimmt Lena jeden Tag Nahrungsergänzungsmittel. Einen ganzen Haufen unterschiedlichster Wirkstoffe. Und bei den Nahrungsergänzungsmitteln ist immer so die Sache, da geht man in die Apotheke und dann kauft man sich Brausetabletten oder sowas. Es ist nicht wirklich nachgewiesen, ob das die richtige Form ist, ob das wirklich funktioniert. Das ist alles gar nicht so easy. Die Nährstoffe sollten schon aus Nahrungsmitteln kommen. Und ich hoffe ja mal, dass die diesmal Nahrungsmittel verschreiben, sage ich fast schon. Lass Medizin deine Nahrung und Nahrung deine Medizin sein. Dass die Nahrungsmittel verschreiben, die zumindest nährstoffdicht sind. Also dass da auch wirklich Haufen Nährstoffe drin sind, wenn ihre Verdauung schon geschwächt ist. Und bitte nicht wieder irgendwelche Paprika oder sowas, die außer Wasser nicht ganz und vielleicht ein bisschen Vitamin C nicht so viel zu bieten haben. Von dem, was wir jetzt gerade brauchen, was fettlösliche Vitamine ja vor allem auch wären. Bei ihrem Termin auf dem Praxisboot nutzt Lena die Chance, Jörn Klasen zu fragen, ob das alles so richtig ist. Vitamin C. Diotin, ja. Und es wird immer mehr. Viel hilft wieder. Meine Einstellung. Viel hilft und wenig. Man kann zu viel von diesen Substanzen haben. Und das andere ist, wenn man alle diese Substanzen zusammennimmt und sie vielleicht gar nicht bräuchte, kann auch gar keiner sagen, was macht das alles in Ihnen. Das können wir wirklich über die Ernährung besser. Das ist halt schwierig, weil kaum ein Arzt einem halt erklärt, worauf man achten soll, was man essen soll. Absolut, da hat sie vollkommen recht. Das Thema darf ein Arzt meines Wissens gar nicht wirklich ansprechen, weil er dann sich in Bereiche begeht, wo er gerne mal seine Lizenz verlieren darf. Das ist halt wirklich verrückt, dass ein Arzt, der vielleicht auch Gastroenterologe ist, dir keine Ernährungsratschläge geben darf. Bei dem Organ, was der studiert hat, wo der deshalb untersucht, darf er dir keine Ernährungsratschläge wirklich geben. Beziehungsweise, ich habe sie nie bekommen. Und ich kenne auch von vielen Leuten, die sagen, das hat nie stattgefunden, dieses Gespräch über die Nährstoffe oder die Ernährung. Das ist schon verrückt, oder? Und ja, dieser ganze Supplementmarkt ist halt auch echt tricky. Und es gibt Sachen, die man einnehmen kann, die sind auf langer Sicht schlechter, als man meinen mag. Ich habe schon mal über das Mineralstoffrat gesprochen, wenn wir Zink einnehmen, so in der Form, wie es da eingenommen wird, dann verringert das unser Kupfer im Körper. Also Zink depletes, was ist depletes auf Deutsch, Danny? Zink verringert Kupfer, sage ich jetzt mal falsch übersetzt. Und Kupfer brauchen wir für so extrem viele wichtige enzymatische Vorgänge. Ohne Kupfer ist echt der Arsch offen. Wir brauchen Kupfer. Und das gibt es nicht so offen. Wir brauchen Kupfer, um Eisen zu regulieren. Wir kriegen immer Eiseninfusionen, als wenn wir kein Eisen im Körper haben. Wir haben genug Eisen im Körper, wir kriegen es bloß nicht mobilisiert. Wenn du als Kind Kornflakes gegessen hast, guckst du mal auf die Verpackung, da ist überall Eisen drin. Also wir haben genug Eisen, wir brauchen nur mehr Kupfer. Und Kupfer ist gar nicht so einfach zu bekommen über die Ernährung. Da gibt es so Sachen wie Bienenpollen, Leber oder Austern. Und da findet das ganze Zeug auch in der richtigen Balance statt, mit richtigen anderen Kofaktoren. Also vereinzelt Nährstoffe so, ist meistens tricky. Da gibt es so ein paar Ausnahmen, wo ich sage, das kann man supplementieren. Der Rest muss eigentlich über die Ernährung kommen. Was sie essen kann, zeigt ihr Ernährungs-Doc Anne Fleck. Als Rheumatologin ist sie spezialisiert auf chronische Entzündungserkrankungen. Lenas Ernährung hängt davon ab, in welcher Phase ihrer Krankheit sie gerade ist. Im akuten Schub oder der Besserung. Deswegen empfehle ich ihnen, wenn es ihnen jetzt gut geht, wie jetzt, eine leichte Vollkost und viele Ballaststoffe. Und wenn sie im Schub sind, dann absolut keine Ballaststoffe. Gut, ich will es noch nicht verurteilen, weil ich glaube, sie war die Einzige mit Vernunft, die ich in der ganzen Serie bislang gesehen habe. Jetzt falle ich gerade aus allen Wolken, weil es wieder mal darum geht, viele Ballaststoffe zu essen, wo ich mir denke so, ey komm, das wissen wir doch, dass das nicht funktioniert. Wir wissen doch, dass viele Ballaststoffe nicht so dolle sind für einen Darm. Sie sagt aber zumindest, im Schub soll sie das weglassen. Das ist schon mal wichtig. Das ist schon mal essentiell, dass das gesagt wird. Nur, ich sehe schon die Bilder jetzt gerade hier wieder. Ich sehe schon wieder, viele Nährstoffe werden da vielleicht wieder mal nicht kommen. Aber ich gebe ihr noch die zweite Chance. Ich glaube, sie sagt da noch Sachen, die sind echt, wo ich übereinstimme. Ballaststoffe sind fast nur in pflanzlichen Lebensmitteln, wie Vollkornprodukten, Obst, Gemüse, Nüssen und Hülsenfrüchten. Ich hoffe, sie meint die löslichen Ballaststoffe und nicht die, die sie da jetzt gerade so schön aufgereiht haben. Die Pflanzenfasern binden Wasser, quellen auf und regulieren die Verdauung. Besonders schonend für den Darm ist mildes Gemüse, Zucchini, Möhre, Fenchel oder Brokkoli. Ja, sorry, was soll ich sagen? Ich halte das halt für Blödsinn. Sorry, ich glaube, das ist, ich habe einfach andere Erfahrungen gemacht. Du kannst gerne das Zeug lange kochen und essen, aber was ist denn da nährstofftechnisch in der bioverfügbaren Form drin, was dir dann helfen wird, wenn du das isst? Das ist vielleicht gut für den Darm, vielleicht verträglich für den Darm, aber da fehlen doch die Nährstoffe irgendwo. Oder bin ich doof? Bin ich, aber... Ganz wichtig, das soll nicht roh sein, sondern gegart. Denn wenn es gegart ist, ist es einfach schonend für den Darm. Nicht geeignet sind Paprika, Zwiebeln, Knoblauch, weil sie den Darm blähen und entzündungsfördernde Stoffe enthalten. Und so Dinge wie Knoblauch können auch gute Antibiotika sein. Also es gibt auch zum Beispiel, wenn Leute wirklich eine Candida-Überwucherung haben, schwören die auch auf Knoblauch und so weiter. Deswegen so klar ist das gar nicht. Und ich persönlich habe nie Probleme mit Knoblauch und Zwiebeln gehabt, selbst in weiß ich welchen Phasen. Außer natürlich erst das Zeug roh, das ist eine andere Geschichte. Aber ich kenne auch viele, die sagen, ja stimmt, Zwiebel und Knoblauch geht gar nicht. Genau wie Zitrusfrüchte, Weintrauben und Pflaumen. Das einzige, was mir schwerfallen wird, ist der Knoblauch, weil Papa gerne mit Knoblauch kocht. Und die Paprika, die esse ich gerne. Wenn Sie Paprika essen, schälen Sie die Haut vorher ab. Weil die Paprikahaut oder auch Tomatenhaut, die legen sich sonst ganz gern an den Darm an. Das habe ich gemeint. Sie sagt dann halt sowas und dann denke ich mir so, ja, ist doch super, dass sie das sagt. Der Meinung bin ich halt auch, Paprika, Tomaten, da muss die Haut runter. Da stecken halt auch die Antinährstoffe, Lektine und die ganzen Stoffe, die auch wirklich nachweislich für Darmentzündungen, also gerne mal Darmentzündungen auslösen wollen. Und die, guck mal zurück in die Zeit, da sehen wir auch, die italienischen Mamas haben auch immer die Tomaten geschält. Die Paprikas wurden gegrillt und dann wurde die Haut abgezogen. Weil wenn du mal eine richtige Paprika isst, wenn du mal eine richtige Tomate isst, die richtig gewachsen ist, nicht irgendwie auf einer Wüstenoberfläche hier in der Monokultur, dann merkst du, dass die Schale auch echt nicht so geil zu essen ist. Die schmeckt ein bisschen bitter, die ist ein bisschen dicker, die will man eigentlich gar nicht essen. Das nimmt man von alleine, macht man das so ein bisschen ab. Und das geht halt verloren, wenn man einfach diese Wassertomaten züchtet mit der dünnen Schale, die einfach in einem Gewächshaus irgendwo mit Düngemittel hochgezogen wurden. Nicht als Ballaststoff, sondern ist halt anstrengend für den Darm, oder? Ganz genau. So, dann legen wir jetzt mal los. Noch mehr Pflanzenfasern für Lenas Verdauung liefert ein grüner Smoothie, den sie ab sofort täglich trinken soll. Ja, da sind ja wieder irgendwelche Spinatblätter dabei und so weiter. Und da gibt es halt Leute, die sagen, ey, Spinat hat halt Oxalate. Und Oxalate sind halt auch Sachen, die wollen wir eigentlich so im Darm nicht drin haben, weil die nicht so geil sind. Und insgesamt mit den ganzen Smoothies und so weiter, es ist halt einfach eine Bombe an Kohlenhydraten. Also da sind keine, da sind nicht viele Proteine dabei, da sind nicht, wer weiß, was noch reinkommt. Ja, ich sage mal noch nichts. Aber normalerweise, wenn ich kenne Smoothie-Rezepte, das ist meistens einseitig viele Kohlenhydrate. Aber wo sind die Proteine? Wo sind die körperbauenden Substanzen? Wo sind diese Sachen, die unseren Körper wieder zusammenflicken? ... mildem Obst, also Apfel, Birne und Banane und Grünzeug. Jetzt machen wir noch das Blattgrün dazu. Ist es egal, was ich da nehme? Man kann da Basilikum, Spinat. Man könnte aber auch einfach einen Salat reinmachen. Und Heidelbeeren, frisch oder tiefgefroren? Heidelbeeren sind nämlich wie ein kleines Zaubermittel für den Darm. Die beruhigen die Darmschleimhaut und sind sehr antioxidativ. Jetzt frag mal die Menschen, die mit dem Darm Probleme haben, wenn die diese Beeren mit den ganzen kleinen Kernen essen. Dann wissen die meisten selber, das ist so gut, so geil ist das für die Darmschleimhaut gar nicht. Man könnte jetzt darüber nachdenken, die Beeren vorher zu pürieren und dann die Kerne rauszusieben und solchen Spaß zu machen. Ich habe selber solche Smoothies gemacht. Ist halt cool, weil es zerkleinert schon mal. Man muss nicht kauen, man muss nicht viel machen. Der Magen hat nicht viel Arbeit, aber für den Rest, ich weiß nicht. Ist halt nicht das drin, wo ich sagen würde, das ist wichtig für den Körper, um sich wieder zu regenerieren. Mehr Rezepte für entzündungssenkende Smoothies gibt es per Klick bei den Ernährungs-Docs im Internet. Zusätzlich empfiehlt Anne Fleck Mikroorganismen. Gegen Lenas Krankheit für ihr Immunsystem. Sie brauchen viele lebendige Bakterien für Ihren Darm. Eine Milliarde pro Tag probiotische Milchsäurebakterien. Aus Naturjoghurt, Kefir oder Quark. Wow, der gekaufte Müller-Käfir. Darf ich den Namen eigentlich laut sagen? Ich weiß gar nicht. Dieser Käfir von dieser bekannten deutschen Milchmarke. Und die zeigen ja auch die Namen. Kann ja jeder lesen, was da steht. Gekaufter Käfir ist Müll. Mach das selber zu Hause. Du sparst damit Kohle ohne Ende. Du musst dir das Zeug nicht kaufen. Und das ist einfach tausendfach besser als gekaufter. Viel mehr Diversität an verschiedenen Mikroorganismen. Habe ich selber zwei Videos drüber gemacht. Ein Rezept, wo ich halt, da nehme ich halt ein Edelstahl-Sieb. Ja, könnt mich mal, ey. Ich bin da so geflamed worden dafür, dass ich das Edelstahl-Sieb nehme. Hat trotzdem funktioniert. Also wenn das so schlimm wäre, würden wir auch Edelstahl nicht in der Bierproduktion, in der Weinproduktion verwenden. Nur mal das, das musste mal raus. Aber ich erkläre dann natürlich da, wie man Käfir macht. Und das ist echt super für den Darm. Habe ich selber, viele Leute haben damit Folge gemacht. Manche auf YouTube, manche Coaches im englischsprachigen Raum, die bauen ihre ganze Arbeit auf Käfir auf und haben damit sehr vielen Leuten geholfen. Muss also irgendwie irgendwo was dran sein. Gibt auch Wasser-Käfir für Leute, die jetzt sagen, die Milchprodukte gehen bei mir ganz und gar nicht. Selbst wenn sie fermentiert sind. Aber ja, was ganz wichtig ist, ist, wenn wir Milchprodukte verzehren, dass wir gucken, wo kommt das her. Hat die Kuh wirklich auf einer Wiese gestanden, wo die Erde super ist, wo das Gras schön wachsen konnte, die war draußen. Oder hat die Kuh in irgendeinem Stall ein versauertes, elendiges Leben, wo sie halt auch irgendwelche Spritzen bekommt und Medikamente, dass sie überhaupt überlebt, weil die so einen großen Stress hat. Die Milch von so einer Kuh, die wird, die Kuh ist krank, warum sollte da eine super Milch rauskommen, die uns dann gesund macht? Das macht so gar keinen Sinn. Deswegen würde ich gucken, dass ich selber Kefir zu Hause mache oder Joghurt und würde gerne eine Weidemilch kaufen, wenn ich das kann. Zumindest das, wenn ich könnte, würde ich eine rohe Weidemilch sogar verwenden und die dann fermentieren. Aber zumindest gucken, dass es nicht halt das ist, was da gerade auf dem Tisch steht. Zwei Portionen soll Lena täglich davon essen. Neben den positiven Bakterien enthalten die Milchprodukte Calcium, Vitamin B12 und Eiweiß. Jetzt sprechen wir über die Dinge, die der Körper vielleicht mal braucht. Jetzt sprechen wir schon mal über B12, jetzt sprechen wir schon mal über Eiweiß und über Calcium. Vor allem Calcium nicht aus Gemüse oder aus irgendwelchen Blättern, sondern aus tierischen Produkten. Das, was man auch aufnehmen kann. Ein Kalb trinkt nur Milch und wird eine riesengroße Kuh. Da muss ja also was drin sein, was die Kuh wachsen lassen kann, was Körper bauen kann und Knochen bauen kann. Und wenn ich mir jetzt so einen kaputten Darm vorstelle, wie wir es vorhin gesehen haben, könnte ich mir vorstellen, da wäre es vielleicht nicht schlecht, solche Sachen zu haben, die dem Körper das geben, was er braucht, um das zu bauen. Zum Beispiel auch Eigelb, wenn man sich das mal vorstellt, das ist ein Ei, aus dem Ei wird einfach ein komplettes Tier, ohne dass von außen was noch mit reingehen muss. Da muss also in dem kleinen Eigelb alles drin sein, was Augen macht, Leber, Niere, Darm, einen Schnabel oder Knochen und Federn. Also wenn du echt Federn, wenn du Bock auf Federn hast, hau dir ein paar Eier rein. Nee, aber du verstehst schon. Und wenn man dann guckt, wie man die Analysen anguckt, sieht man, da sind die fettlöslichen Vitamine vorrätig da. Und diese Sachen waren bei vielen, vielen, vielen Menschen, Völkern, damals, bevor es industrialisiert wurde, heilige Lebensmittel. Muss ich dabei auf den Fettgehalt achten oder ist das egal? Sie können gerne volle fette Produkte essen und es ist ja sozusagen ein Irrtum, dass nur fettarm gesund ist. Schön. Die sagt doch, die sagt auch mal, was wahr ist. Letzte Woche haben wir über das Video gesprochen von Gorky. Bislang hat er mir noch nicht aufs Maul gehauen. Und da war er dabei immer zu sagen, dass das Fett ganz schlecht und ungesund ist. Und da habe ich auch gesagt, nee, da sind ja die fettlöslichen Vitamine drin. Deswegen, irgendwo muss es ja herkommen. Ich habe nichts gegen Fett, ey. Gar nichts. Also solange es das Richtige ist, wenn wir über Nährung sprechen, da würde ich sagen, tierische, gesättigte Fette, auch Kokosöl, Olivenöl, das sind super Fette, die wir schon über Jahrtausende essen. Und die anderen, die essen wir seit 150 Jahren und werden seitdem immer kranker. Just saying. Denn neben Ballaststoffen braucht Lena Nährstoffe, also Kalorien. Und da kommt Fett ins Spiel. Omega-3-haltige Öle wie Leinöl, Walnuss oder Weizenkeimöl. Ja, und dann ist halt genau das, ne. Also auch wenn man das Zeug, also normalerweise werden solche Öle unter Bedingungen produziert, die kann man sich gar nicht vorstellen. Also gerade wenn wir über Rapsöl und sowas sprechen, so hochindustrialisierte Öle, die müssen einfach unglaublich verarbeitet werden und die stinken wie die Sau, weil die einfach schnell oxidieren. Die reagieren schnell mit Sauerstoff, werden dann extrem toxisch und stinken. Und die müssen dann halt mit Hexan behandelt werden, desodoriert werden. Also da muss der Geruch raus, sonst würde das sich kein Mensch kaufen. Das ist einfach ein Weg, den man gefunden hat, um aus billigen Sachen, die über waren, noch irgendwas zu machen, was man verkaufen kann. Deshalb gibt es auch jetzt Butter mit 50% Rapsöl. Super. Das ist super gut fürs Herz, was so faktisch gar nicht stimmt, weil es sowas gibt wie Lipidperoxidation. Und man sieht, ey, es sind die ungesättigten Fettsäuren. Die machen Probleme, weil die einfach sehr reaktiv sind. Also die lagen sich im Gewebe ein und irgendwann, wenn da mal Sauerstoff vorbeikommt und Wärme, guck uns an, wir sind 37 Grad Körpertemperatur und Sauerstoff, dann fangen die an zu oxidieren, bilden freie Radikale und eine Entzündungsreaktion. Weinusöl und Leinöl kann man vielleicht kalt pressen und dann kommt das aber trotzdem in den 37 Grad heißen Körper. Also egal, was man da macht, das kommt trotzdem in den sauerstoffreichen und warmen Körper, was insgesamt, auch wenn ich das hier sehr emotional gerade eben wiedergebe, meine Meinung ist und das, was ich gelesen habe und nicht in Stein gemeißelt, aber ich halte nichts von diesen mehrfach ungesättigten Fettsäuren, wenn man die in großen Mengen zu sich nimmt. Vermeiden kann man sie nicht, die sind überall mit drin. Das Verhältnis und die Balance macht es dann aber. Also wenn ich Pommes mit Butter mache, habe ich ein Rezept, ist das meiner Meinung nach besser als Pommes mit irgendeinem anderen Fett, was Sonnenblumen oder Distel oder sich sonst wie schimpft. Da empfehle ich Ihnen, dass Sie da immer ein bis zwei Esslöffel unter Ihre Speisen mugeln. Wichtig ist nur, dass Sie diese wertvollen Öle nicht erhitzen, weil die sind sehr empfindlich und wenn sie erhitzt werden, sind sie dann sehr ungesund. Ja, sagt sie ja genau, was ich auch gerade gesagt habe. Diese Oxidationsreaktion, die passiert nicht erst, wenn du das auf 100 Grad erhitzt, das passiert aber bei 37 Grad, nur ein bisschen langsamer. Das dauert halt dann ein paar Jahre. Und deshalb, ja, mein Blick auf Ernährung ist, uns gibt es seit 300.000 Jahren ungefähr, wir müssen ja mal irgendwann was gegessen haben und nicht dabei komplett krank geworden sein, weil wir, uns gibt es ja heute noch, also wir müssen ja irgendwann mal gesund gewesen sein. Es kann ja nicht sein, dass wir immer krank sind, dass wir einfach ein Tier sind, was per Definition krank ist, mit schiefen Zehen auf die Welt kommt, hier Brille braucht, wie hätte man damals jagen können und so weiter. Und ich sehe einfach, solche Öle gibt es noch nicht so lange. Die haben die Menschen noch nicht so lange gegessen, nicht in so hohen, großen Mengen. Und ich glaube einfach, Butter und sowas haben wir über Jahrtausende gegessen, gibt es da mit Butter Probleme, hätte man das gemerkt. Ja. Okay. Das Ziel ist weniger Schübe, weniger Diarrhoen, also weniger Durchfälle und dadurch auch mehr Lebensqualität. Lenas größte Hoffnung ist, dass sie bald ihre Medikamente reduzieren kann. Gerade als Lena mit der neuen Ernährung gegen ihre chronische Darmentzündung anfangen wollte, hat sie auch noch Migräne bekommen. Ich hatte unglaubliche Kopfschmerzen, das zog vom Nacken hoch, wirklich in den Kopf und das hat einfach nur gehämmert, die ganze rechte Seite, das hat tierisch weh. Sie erinnert sich an einen Fall der Ernährungs-Docs, an Max. Der Zwölfjährige hatte oft und schlimm Migräne und die Strategie, Kohlenhydrate wegzulassen, war bei ihm erfolgreich. Das probiert Lena auch. Nach, ich weiß nicht, fünf, sechs, sieben Wochen, da hörte das dann einfach auf. Dann habe ich keine Kopfschmerzen mehr gehabt. Genau, das sieht man ja auch mit der SCD, mit der Specific Carbohydrate Diet, wo dann gewisse komplexe Kohlenhydrate einfach rausgelassen werden, weil die scheinbar durch eine geschwächte Verdauung nicht mehr richtig aufgespalten werden. Dann noch komplex, also im Verbund, dann im Dickdarm ankommen, wo es vielleicht da Mikroorganismen füttern kann. Die sollten das eigentlich gar nicht bekommen. Da sollte es gar nicht mehr vorkommen, dieses komplexe Kohlenhydrate-Molekül, wenn man so möchte. Ja, das wegzulassen ist jetzt eine gute Idee, dass man vielleicht jetzt sagt, okay, dann passiert das im Dickdarm nicht mehr, dass da diese Mikroorganismen diese Kohlenhydrate bekommen. Aber eine Lösung für immer ist es ja auch nicht. Es ist ja auch nicht eine Lösung, wenn du, was weiß ich, einen platten Reifen hast, kannst du ja sagen, gut, dann fahre ich halt einfach ein bisschen langsamer. Aber trotzdem ist das ja nicht die Lösung. Du willst ja irgendwann wieder mal, dass es richtig funktioniert. Und da habe ich einfach eine andere Erfahrung gemacht. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die SCD zwar funktionieren kann, aber auch ihre Schwierigkeiten mit sich bringt, wo man einfach ein Leben lang so leben muss und so restriktiv leben muss. Und das muss nicht sein. Für ihren Darm ist sie seit drei Monaten ballaststoffreich. Also viel Gemüse. Sogar schon morgens, wie ihr selbst gedrehtes Video zeigt. Also ich bin mir zu 100.000% sicher, aus eigener Feststellung, wenn sie diese Pilze da nicht zwei Stunden in der Pfanne drin hat, kommen die Pilze so raus, wie sie da jetzt gerade in die Pfanne reingegangen sind. Aber woanders. Pilze sind schwierig zu verdauen, wenn man die nicht lange kocht. Also da muss man schon richtig lange die Dinger richtig klein schneiden und lange, lange, lange ziehen lassen. Und auch die Zucchini mit der Schale und sowas, hatten die nicht drüber gesprochen, dass man Schalen wegmacht und sowas? Ja, gut ist, dass da ein Ei reinkommt. Das finde ich schon mal super. Da hat man schon mal ein paar Kohlenhydrate auch mit. Quatsch, Proteine mit dabei und ein paar Fette. Das, was wir vorhin gesprochen haben. Mal gucken. Das ist im Moment mein Lieblingsfrühstück. Zucchini, Pilze, Ei und ein bisschen Käse. Jo, ist auch, geht schon mal in die richtige Richtung zumindest. Ich weiß, dass dieser Käse ist jetzt nicht ein Rohmilchkäse von einer Weide in Österreich oder so. Und die Eier höchstwahrscheinlich auch nicht von einem weidegehaltenen Tier, was ich wirklich empfehlen würde, weil das halt dann auch mehr Nährstoffe hat. Aber zumindest denken wir hier schon mal so ein bisschen an die fettlöslichen Vitamine und an so ein paar körperbildende Stoffe. Dann macht das Ganze bis mindestens zwei, drei Uhr ab. Und guten Appetit. Auch ihre Eltern ziehen mit, essen alles, was Lena auf den Tisch bringt. Sogar ihre Spezialpizza mit einem Teig aus Käse, Ei und Flohsamenschalen, die die Verdauung regulieren. Insgesamt geht es mir einfach viel besser. Naja, es gibt halt Leute, die spüren auf Flohsamenschalen und sagen, super, und es gibt Leute, die essen das und dann geht es halt denen schlechter. Deswegen alle möglichen Ballaststoffe. Das Gesicht, was sie gerade macht, das mache ich auch, wenn ich das manchmal so sehe, was die hier erzählen. Aber alle möglichen Ballaststoffe auch mit Vorsicht langsam anfangen. Weil es gibt auch so Sachen wie lösliche Ballaststoffpulver und so weiter. Und wenn man die zu schnell dosiert, dann bekommt man Blähungen, dann weiß man, man hat es übertrieben. Also schön langsam bei sowas anfangen und nicht gleich direkt einfach da so die Messlöffel in sich reinballern. Die Lebensqualität hat sich extrem erhöht. Auch der ganze, ich sage jetzt mal, Medikamentenkonsum geht zurück. Er minimiert sich, er wird immer filigraner, immer feiner eingestellt. Fantastisch. Ja, ist cool. Da freue ich mich wirklich, dass das funktioniert. Es gibt halt so mehrere Phasen hier. Es gibt die erste Phase, wo man erstmal, wie gesagt, wenn der Reifen platt ist, versucht man erstmal, okay, was mache ich jetzt? Fahre ich langsamer mit dem Auto? Kann ich irgendwie was machen dagegen, dass ich zumindest erstmal in die Werkstatt komme? Okay, in irgendeine Richtung zu kommen, um okay zu sein. Und da kann man ganz viele verschiedene Diäten machen. Ich habe sie alle durch. Und manches hat gut funktioniert, manches nicht. Drei Monate Fleisch, vegan, vegetarisch, ketogen, paleo, alles gemacht. Und irgendwann kommt man an den Punkt, wo man merkt, hey, vielleicht treffe ich hier einfach auf ein Limit. Vielleicht ist mit Ernährung einfach nicht alles geregelt. Nur weil ich mich jetzt so und so ernähre, weil ich jetzt den Weg gefunden habe, mit einem platten Reifen zu fahren, bedeutet das ja nicht, dass das gesund ist auf lange Sicht, sondern erstmal so funktioniert es für mich. Aber dann gibt es andere Felder, die man angucken muss. Und vor allem die emotionale Gesundheit, um zu gucken, hey, steht meiner Verdauungsarbeit eigentlich was im Weg, um richtig zu funktionieren? Ist da vielleicht noch irgendwo ein Stress, der so viel Energie raubt, dass einfach nicht genug da ist für meinen Körper, um richtig zu funktionieren? Und das macht Lena Mut. Mut, ihr Studium, das sie wegen der Krankheit unterbrechen musste, fortzusetzen. Oder man geht dann zurück ins Studium, in diese Situation, wo der Stressfaktor so hoch war, mit dieser jetzt, mit dieser neuen Ernährung, die erstmal funktioniert. Aber, mal sehen. Eine eigene Wohnung hat sie schon gefunden. In wenigen Tagen zieht sie um. Das hatte ich meiner Mama letztens noch erzählt, dass ich das Gefühl habe, jetzt so irgendwie die Kontrolle selber wieder so zu kriegen. Neues Essen, weniger Medikamente und der Umzug. Wie ihr Darm die großen Veränderungen mitmacht, werden die nächsten Wochen zeigen. Jeder, der mal sich an verschiedenen Ernährungsformen gehalten hat, der hat gemerkt, das ist was, was situativ ist. Zum Beispiel, wenn ich, als ich sehr strikte Ernährungsformen durchgemacht habe, gerade wie die SCD zum Beispiel, die habe ich 100% ein Jahr lang, 100% SCD-legal durchgezogen. Also ich habe alles genau nach Vorschrift gemacht, bis aufs Milligramm. Ich habe nicht mal Briefmarken angeleckt. Das ist ein Running Gag bei mir, aber es war wirklich in der Facebook-Gruppe von der SCD, da hat jemand gesagt, hey, kann ich Briefmarken ablecken? Nein, Briefmarken sind nicht SCD-legal. Das ist like, what the fuck? Und dann geht man aber irgendwie zu seinen Eltern zu Weihnachten in eine ganz andere Umgebung und merkt dann mal so, oh fuck, das ist ja voll schwer, hier nicht irgendwie was anderes zu essen. Das ist ja eine komplett andere Energie. Hier läuft ja alles ganz anders ab und sowas. Wie mache ich das jetzt? Das ist ganz interessant. Zu Hause hat man so den safen Bereich, da hat man sich schon eingerichtet, aber dann das nach draußen zu nehmen, ist dann nochmal mehr Stress. Und was ist dann besser, wenn ich das nicht, wenn ich einfach esse, was da ist und keinen Stress habe und das genieße mit meiner Familie zusammen? Oder wenn ich dann meiner Mutter Stress mache, weil die muss noch was extra kochen und dann gibt es Ärger und dann gibt es das nicht, dann muss ich nochmal einkaufen fahren. Was ist dann mehr Stress? Fünf Monate nach ihrer Ernährungsumstellung hat auch Lena einen Termin auf dem Praxisboot. Seitdem sie wieder studiert, geht es ihr schlecht. Sie hat einen erneuten Schub. Ja, das habe ich ja vorhergesehen. Also das macht ja auch meiner Ansicht nach Sinn. Da hat sie angefangen. Zwar nicht die Ernährung, warum sie so schlecht ging, sondern sie ist dann halt in einer anderen Stadt, in einem anderen Umfeld. Dann plötzlich fällt sie vielleicht nochmal in diese alten Muster rein, wo sie sich überlädt. Noch einen Nebenjob und noch das. Das Pensum zu hoch für den eigenen Körper und der Körper sagt dann wieder mal, nö. Lena, es ging Ihnen ja schon richtig gut. Was ist nun passiert? Ich habe zum einen das eine Medikament abgesetzt und zum anderen bin ich von meinen Eltern halt zurückgezogen nach Mannheim und ja, da fing das dann wieder an, dass die Bauchschmerzen und es kamen und es halt wieder blutiger wurde. Das riecht ja danach, Lena, dass sie vielleicht unbewusst einen Konflikt haben, autonom in die Welt hinaus zu gehen. Wo kommt denn das auf einmal her? Wahnsinn. Also das habe ich gemeint. Das hatte ich so noch im Hinterkopf, dass die dann irgendwann mal so einen Banger raushaut, wo ich mir so denke, so, ja krass, das ist jetzt nichts, was man einfach so in einer Person einfach so direkt ransagt, aber ich bin der Meinung, sie hat einen Daumen da komplett drauf. Genau das glaube ich nämlich auch. Und dann dieses autonome Leben, sich dann mit der Überladung an Arbeit selber zu erkämpfen, kann wirklich ein unglaublicher Stress sein. Oder auch eine Form von Ablenkung, wissen wir nicht. Aber es ist auf jeden Fall, fühlt sich für mich nach einer sehr, sehr, sehr richtigen Richtung an hier. Also wenn, dann unterbewusst. Aber ich streite es nicht ab, das kann bestimmt sein. Ja, absolut. Das ist ganz wichtig zu sagen. Es geht hier nicht darum, irgendwie ihren Finger zu zeigen, sagen, hier, guck mal, Lena, du bist ja doof, du machst ja das falsch. Ganz und gar nicht. 95 Prozent unserer Gehirnaktivität laufen im Unbewussten ab. Das ist einfach so ein, so funktioniert unser Gehirn leider. Wir können aber an diese 95 Prozent, auf die 95 Prozent zugreifen. Wir können damit arbeiten, um das wirklich rauszufinden. Da muss man ein bisschen graben. Das ist eine Arbeit, die macht man selber gar nicht so gerne alleine. Deswegen gibt es Coaches, die bei sowas mit helfen können. Oder Psychologen oder andere Leute, die in solchen Einrichtungen, Einrichtungen wie, was weiß ich wo, damit helfen können. Auch gibt es Yoga und andere Sachen einfach, um damit in Verbindung zu kommen. Also es gibt ganz viele verschiedene Sachen, die man da machen kann. Aber es ist nicht hier, es ist nicht hier, um die Schuldfrage zu klären. Du bist schuld oder du bist schuld. Selbst wenn sie jetzt Konflikte mit ihren Eltern hätte, geht es nicht darum zu sagen, die Eltern sind schuld. Weil dann könnten die Eltern auch sagen, ja, aber mein Vater. Und dann der Vater, mein Vater. Also bringt uns das gar nichts. Wir können nicht zurückgehen in die Dinosaurierzeiten, da irgendwann mal den Schuldigen zu finden. Sondern wir müssen gucken, wo stehen wir jetzt? Was wollen wir eigentlich wirklich? Wer sind wir wirklich? Unsere Werte zu kennen, um zu wissen, was ist für mich bedeutsam? Was ist Müll? Wo ziehe ich die Grenze? Und das ist meine Leidenschaft, das für Menschen zu ermöglichen, das rauszufinden. Ein Stressphänomen, das viele darmkranke Menschen haben. Und für Lena eine unerwartete Wendung. Denn mit der neuen Ernährung ging es ihr zunächst gut. Ihr Spezialbrot aus Körnern und Nüssen hat sie sogar den Ernährungs-Docs mitgebracht. Oh mein Gott. Das ist ja fast wie das, das ist eine Werbung, die ich mal fotografiert habe, auf Instagram gepostet habe, wo ein Brot einfach nur komplett aus Körnern besteht. Und man sich denkt so, ist das wirklich eine menschliche Ernährungsform? Können wir uns als Menschen so, funktioniert unser Verdauungssystem so wie bei einem Vogel? Ist das das Gleiche? Sind wir wirklich gemacht, um so Brot zu essen? Und warum haben wir dann Mühlen entwickelt? Was? Zum Probieren. Ist aber sehr lecker. Sie wissen, dass Sie das jetzt im akuten Schub auf gar keinen Fall essen dürfen? Ich sag doch, die hat was, die versteht das. Das ist absolut, das würde ich niemandem empfehlen. Das würde ich jemandem empfehlen, denen ich was Schlechtes wünsche. Und ich wünsche niemandem was Schlechtes. Das ist einfach, das geht so durch, wie es reinkommt. Da bleiben keine Nährstoffe über, da kannst du auf dem Papier Omegas stehen haben oder Proteine, da bleibt nichts im Körper über. Das geht einfach durch und macht auf dem Weg in die Schüssel nochmal ordentlich Kratzer an den Wänden, glaube ich. Wegen der dicken Körner. Dieses Brot ist erst wieder dran, wenn es wirklich komplett alles überwunden ist und es Ihnen gut geht. Bis die Entzündungen im Darm abgeheilt sind, braucht Lena wieder starke Medikamente und reizarmes Essen. Die Strategie sollte sein, eine Schonung des Darms und dann wieder die Ernährung so zu steuern, wie sie auf dem guten Weg waren. Ich bin eh motiviert, das so weiterzumachen, weil es halt in der Zeit ja so gut funktioniert hat. Gar kein Problem. Und ich denke, da kommen wir auch wieder hin. Ja, das hoffe ich. Colitis ulcerosa ist sehr gut durch Ernährung beeinflussbar. Das hat Lena glücklicherweise gemerkt. Das Problem ist, Körper und Seele gehören immer zusammen. Das heißt, die beste Ernährungsmedizin kann nur zum Zuge kommen, wenn der seelische Stress nicht überhandnimmt. Word! Genau, das wäre mein Fazit jetzt gewesen. Hatte ich gerade im Kopf. Um genau das Gleiche zu sagen, es kann die Ernährung nur dann greifen, wenn wir seelisch in Ordnung sind, wenn wir auf einer emotionalen Ebene in Ordnung sind. Jetzt könnte man, wie gesagt, wenn man das jetzt sieht bei der Lena, könnte man ja denken, die Arme, jetzt kann die ihr Studium nicht machen und so weiter, aber vielleicht ist das gerade eben ein Konflikt, durch den sie da geht. Und ich spreche aus Erfahrung, weil ich selber sowas durch habe. der für ihr späteres Leben nochmal ganz wichtig ist, dass ihr Körper an der Stelle Nein gesagt hat. Sonst wäre ihr das vielleicht gar nicht bewusst geworden, dass da was ist, dass da vielleicht ihr Leben gerade vielleicht gar nicht in die richtige Richtung geht. Ich habe zehn Jahre Bier studiert und denke heute, der Mensch eigentlich, hast du es zwar gerne gemacht, aber jetzt als Leidenschaft würdest du das jetzt auch nicht bezeichnen. Hätte mein Körper nicht irgendwann mal auch sich so ein bisschen darauf reagiert, hätte ich das vielleicht nie gemerkt und würde heute nicht das machen, was ich wirklich machen möchte hier. Nur das dazu. Ernährung ist ein wichtiger Punkt und wir müssen auch eine funktionelle Ernährung finden, vor allem wenn wir gerade ein Problem haben mit der Ernährung, also mit der Verdauung, aber der Hauptpunkt muss auf die Lebensweise. Da müssen wir uns damit beschäftigen. Wo kann der Stress liegen? Und das kann im Unbewussten sein. Das sind alles Schutzreaktionen unseres Körpers. Der möchte nicht, dass du manche Sachen halt mit manchen Sachen konfrontiert wirst. Deswegen verdrängen wir. Das sind alles, unser Körper meint es gut mit uns. Er gibt uns aber auch Zeichen. Da können wir auch hinhören. Und ich fand das Video hier, wir gucken noch ganz kurz den Rest, aber jetzt bislang schon mal eines der besseren Videos, auch wenn hier so Sachen kommen, wo ich auch wieder denke, so was zur Hölle? Das kann doch nicht funktionieren. Gucken wir noch ganz kurz. Für mich stimmt das auf jeden Fall, dass es was bringt. Dass man halt die Medikamente schon eindeutig reduzieren kann und dass man mit einem besseren Gefühl so durchs Leben geht. Ja, wie gesagt, sehr interessantes Video auf jeden Fall. Es gibt halt Sachen, da stimme ich hier 100% über ein. Es gibt Sachen, da stimme ich überhaupt nicht drüber ein. Ist aber auch in Ordnung. Wir dürfen unterschiedliche Meinungen haben. Und wie gesagt, es gibt auch Leute, die essen Vollkornprodukte mit Kronencolitis und denen geht es damit einfach super. Und die sagen, das hat man alles verändert für mich. ist ja wieder nur ein Zeichen, dass Ernährung nicht alles ist und dass wir auf emotionale Punkte und andere Sachen noch mitgucken müssen, dass das ein bisschen individuell und komplexer ist. Aber das kann man rausfinden. Und dafür kannst du gerne mal vielleicht auf meiner Internetseite vorbeigucken, dennikirches.de. Da gibt es ein kostenloses E-Book und die Möglichkeit, Coaching-Sessions mit mir zu buchen. Ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen bei diesem Video, damit das noch ein bisschen größeres Publikum erreicht, damit wir eine kleine Familie werden können. Und übrigens ist heute das Abonnieren auf meinem Kanal kostenlos. Deswegen kannst du gerne abonnieren und auch die Glocke aktivieren. Dann verpasst du keine weiteren Videos, in denen ich dir helfen möchte, einen Schub, Medikamenten und symptomfreies Leben mit einer chronischen Darmerkrankung zu leben. Ich bedanke mich recht herzlich für deine Aufmerksamkeit. Sehe ich dann nächsten Dienstag, 18 Uhr wieder. Mach's hübsch. Deino 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 Deino